hallo wir haben keine kohle mehr ach du kacke wir haben keine kohle mehr war klar dass ich das hinkrieg eine palette es soll ich stehen dass wir zurück 31.000 wie viel passen darauf zwölf ok stellen stellen eine palette mit der flasche mehr du brauchst desto mehr wirst du wirst du brauchen kann man auch die mitarbeiter das machen lassen dass sie abladen ich will mal wissen ob man die mitarbeiter das auszuweisen kann wenn die mal aufräumen und leute man kann denen nur sowas hier zu weisen ne die sollen mal schneller machen beweg dich schneller junge ist das da hinten überhaupt sauber ach ja haben wir ja nicht genutzt hallo schade neue arbeit zwei mit dabei wird sich schneller bewegen okay wie soll den scheiß da weg kommen leute mit einem gerade hohen besuch rüstung okay hier rutscht das drin ich glaube das ist noch nicht so optimiert unsere meine mitarbeiterin die tüte macht schneller los leute schneller schneller ich habe euch doch extra abgegradet junge 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 lahm ersche vielleicht sollte ich auch erstmal öffnen wir sind wieder noch mal ein bisschen schneller so ich brauche einen kaffee 15 säcke noch junge sind sie lahm das sind die mit den flaschen kann ich das echt nicht so runterholen ich möchte aber ach doch es geht muss halt nur richtig hochheben komm ich hier durch ja ne man man wie hier durch ich bin über den hofwagen rüber gefahren auch nicht schlecht stelle flaschen äh moment dann kann ich mal absteigen wenn man ausgemacht hat kann gar nicht absteigen gerade mhm ups kann es sein weil wir hier drin sind mit äh wo ist die palette die durch den boden gebackt vielleicht ist die vielleicht durch den boden gebackt vielleicht kann ich hier drin auch nicht aussteigen oder die palette durch den boden gebackt noch mal eine palette bestellen nice oder sie gelandet oder wir machen so aber speichern und dann aber so dass ich aber immer wieder kaffee trinken müssen das ist ein hilfreich so ich glaube um sie länger wir warten um so er kann ich wahrscheinlich nutzen oder doch scheinbar nicht mehr ja auch was mal lichtern guck mal jetzt steht das alles hier so drin warum auch immer warum das auch immer so drin steht aber schon in ordnung ich wollte nämlich mal gucken wir machen das mal das auf ich habe bestellt flaschen oder habe ich keine flaschen besteck gehabt doch eigentlich waren das flaschen ist immer noch so viel mühle die ist echt weg naja die jungen ist für alles aufmachen müssen aber die schläppen ist alles weg das ist gut ok umsonst geht ausgegeben naja es ist zeit wie es ist es passiert ich glaube nämlich habe gar keine flasche bestellt ich glaube das war nämlich keine flaschen und ich glaube ich habe doch hierfür bestellt gehabt wabbel 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 hallo soll man ja in der regel nicht machen aber ja was der hund nicht weiß macht ihn nicht heiß oder so ähnlich ne so wähle die gespeicherte bier und start die maschine ach was er ist mal weggeschoben weggeschoben jünger ups wegfalten gerade ein bisschen falsch was ich jetzt mal machen wollte doch warum warum müssen wir die sache mal wieder neu ich glaube wir müssen darüber rutschen ne müssen wir nicht müssen wir nicht ok so dann ok dann stellen wir die da ab ich hoffe mal das geht und packt nicht wieder dadurch wenn die mich so richtig doof das wäre so richtig arschig moment nein 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 es ist noch ein bisschen buggy aber so ein bisschen nur ich weiß nicht warum die leute so aufregen das ist doch lustig es ist doch lustig naja äh achso hier könnt ihr haben könnt ihr haben will ja ein gespeichertes bier und naja ok aber nach unten das sind auch Mitarbeiter gerade witzig ne ne naja ja ja ich mach ja gleich hm ok hat der noch was gehabt eigentlich genau die Räder Spoiler Rüstung warum haben wir Rüstung Spiel speichern hm du 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 ist doch das Ding ne warum zeigen das so komisch an Jus Produktion Start Lager auswählen bestätigen Start warte bis die Maschine mindestens eine Charge abgefüllt hat du musst leere Flaschen an der Eingang der Maschine stellen ja wie komm ich hier weg achso escape eine Charge am Eingang greifen achso verstehe du 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 Vielleicht sollte ich das mal hier nicht reinstellen. Okay. Flong. 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 Da kommt unser Bier. Nice. Ich sag ja, es ist noch ein bisschen buggy, das Spiel. Aber was soll's. Kaufe und platziere eine Apfelmaschine. Kaufe und platziere eine Apfelmaschine. Wir haben doch. Wir haben doch zwei Apfelmaschinen, hä? Warum noch eine? Können wir nicht den ganzen Müll endlich wegräumen, ey? Die Leute. Macht mal schneller. Hä? Ich hab doch. Ich hab doch alles rausgeholt. Hau ab. Hier ist die Palette gelandet. Ich verstehe. Und da. Es ist doch alles da. Okay. Cool. Zum Glück landet das einfach nur hier vorne. Zum Glück landet das nur hier vorne. Lass uns den Weg räumen. Aber sonst fährt er nämlich nicht weg. leh, te, te, leh, 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 leh. Jetzt verzieh dich endlich, Junge. Hau ab. Ich glaube, der backt ein bisschen rum. Haben die die Mühen immer noch nicht weggeräumt, die Idioten? Gott. Wee! Muss ich hier alles alleine machen? Kann ich auch? Geht das? Ach, warte mal. Zack, geht das? Nein, natürlich geht's nicht. Was macht die denn da jetzt die ganze Zeit? Die sollen aufräumen. Die blöden Männer sollen aufräumen und nicht hier nur durch die Gegend rennen. Reinigung. Kann sich um die Apfelmaschine kümmern. Aha. Da muss der Chef vielleicht noch selber ran. Nice. Ich räume jetzt mal kurz auf. Warum das Ding immer noch da rumsteht? Keine Ahnung. Hä? Warum? Achso, deswegen. Rede. Nochmal. Kann ich den hier wieder hinstellen? Dove Mitarbeiter. Ach. So. Ach, gleich drei Stunden. Nice. Kaufe eine Apfelmaschine. Okay. Okay. Achso. Ups. Ich bin ein bisschen blind. Naja, ist passiert. Warum die nicht richtig aufräumen? Keine Ahnung. Gehört das Gewolle uns dann auch noch? Gott. Das ahntet ja in Arbeit aus. Tö, tö. So. Weile sie einem Mitarbeiter eine Apfelmaschine zu. Fred, komm her. Fred. Ja, du. Folge mir. Arbeitsplatz zu weisen. Das Arbeiten, mein Junge. Geh zum Computer und schalte die Docks mit dem globalen Marktfall, die zusammenkommen. Was? Was? Nein, ich räume erst mal auf. Wir kriegen das ja nicht auf die Reihe. Hallo? 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 Zur Seite treten. Du nervst, wenn du hier rumrennst, Künstler. Dong. Ich mach erst mal sauber. Ist ein bisschen sehr anstrengend, weil man das nicht auf die Palette laden kann. Warum auch immer. Aber ja. Warum muss man das per Hand machen? Soll man einfach einen neuen Rekord aufstellen, oder was? Hat nicht geklappt. Schade. Und darüber krieg ich den halt auch nicht. War eine dumme Alpha-Wand voraus. Du sollst zur Seite treten, Junge. Und ich hätte hoffene Gegend rumwerfen. Ich hab getroffen. Oh, laufen. Du sollst aufräumen. Warum geht das nicht? Im Büro warten. Hau ab. Du nervst. Junge, ey. Kann man so nervig sein. Wir machen es mal so. Zack. Und schon wieder hingewiesen. Äh. Zack. Zack. Aber immer die gleichen Musikstücke. Nervt mir auch noch eine Zeit, ne? So ein bisschen. Schade. 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 Ging nicht. Hätte ja klappen können. Elfstücke hab ich, ey. So. Plong. Mal da durch. Mal da durch. Steht da immer noch um. Warum auch immer. Vielleicht soll ich gleich mal neu laden. Was so ein bisschen nervig ist. Aber erstmal räume ich hier auf. Aber ich glaube, solange die nicht, nichts tun müssen, kriegen, brauchen die auch keine Kohle. Finde ich gut. Da war noch einer. Ich glaube, das war der letzte, ne? Hm-hm. Plong. 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 Nicht getroffen. Auch nicht getroffen. Warum auch immer. Den aber. Sieben Stück sind's nur noch. Junge, ey. So. Zack. Hm-hm. Okay, was haben wir hier? Räder 6. Hä? Wo ist denn noch einer? Hallo? Müll. Müll. Müll, Müll, Müll. Wo ist denn der Müll? Hallo? Müll, Müll. Müll, Müll, Müll. Ach, da ist der Müll. Habe ich ihn vergessen? Ich glaube es ja nicht. Egal. Zack. Okay. Alles wieder sauber. Sehr schön. Dann speichern wir einmal. Das ist ein bisschen nervig, aber... Was soll's. Wie gesagt, er ist gerade rausgekommen. Und das wird noch. Das wird noch. Okay. So, wie gesagt, dann erst mal den Kaffee anmachen. Dann machen wir das Licht einmal an. Zack. Und man auch immer die Sicherung reinmachen muss wieder. Dann einmal alles öffnen. Zack. Zack. Dann haben wir hier. Ich hätte echt gerne einen Mitarbeiter, der alles ranfährt, wo er es hin soll. Ich will's nicht machen. Man hat ja gesehen, was passiert. Palette packt durch und ich leine sonst wo. Und die landet dann vorne. Hallo. Na, mein Freund. Auch ihr da. Der globale Markt. Geh zum Computer und schalte die Docs mit dem globalen Markt frei. Achso. Ein Doc freigeschaltet. Lkw ist zum Anliefern. Also Smartphone. Bau mindestens fünf Lager in den Docs. Du brauchst viele. Globaler Markt. Grohe Einheit. Preisänderung. Zustellung. Du brauchst noch mal so ein paar Flaschen. Wird mal gekauft. Klar, warum auch nicht. Kostet doch was. Zahlen. Also die Kosten weiterhin. Aber noch sie in Euro 15, ne? Äh. Hm. Ich würde auch gerne eine Reinigungskraft einstellen. Solche Sachen. Ähm, Räder. Junge, ey. Speichern. Ähm. Speichern. So. Bau mindestens fünf Lager an den Docs. Du brauchst viele. Das ist auch eine geile Aussage. Du brauchst viele. Die nehme ich auch mit. Und das ist nur ein R красnel. Wenn du das Glaser bist. Also die穿��는 part. Und das ist dierift. Und dann kann ich das mit den Ещеern platzen.